So wie eben schon erwähnt gleich zurück zu Call of Duty Black Ops 3 und es geht diesmal wirklich gleich weiter mit den Online-Spielen, beiden DLC. So, Online-Spielen, DS-DLC, einmal angucken, reicht das schon? Kann man ja gleich weitergehen. So weit, sofern ich auch gleich noch ein paar Mitspieler kriege. Aber ich sehe gerade erst noch am Suchen. Suche nach Spielern. 50 Treffer. Äh, 50 Treffer. Doch, 50 Treffer. Oh, einer ist schon prestiget auf Maximum. Level 209. Ähm, ja. Und draußen. Ich kann auch nicht irgendwie sagen, ja, ich bin bereit, aber... Und draußen. Äh, ein Satz für's X2 war aber nix. Äh, was ist hier? Erledigt die Slone Zombies mit einer Verbesserung. Ich schaffe jetzt nicht mehr. Sucht er, sucht er nicht, sucht nicht. Ich zurück, so geht's... Hier, das... Äh, jetzt steht bei mir zum Beispiel, wie er bereit macht. Hat mich vorhin gefehlt. So, er sucht, sucht nach Spielen. 50 Treffer, ja, wie vorhin auch. Äh, überprüfen für... Spielen 19, 55, okay. Analyse. Alles klar, da ist jemand bereit, ich bin auch bereit. Die Reihe reichen vollkommen aus. Und Action. Ja, ja, zwei Minuten sind draufgegangen. Jetzt geht's endlich los. Na, es heißt, endlich ist, lädt er noch. Ich war Vögel. Geht doch, ein Kommentar. Auf mich gewartet. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, musst du ja immer so lange warten. Aufhoffen davon. Wo war dieser komische Eimer denn? Wir wissen alle, warum wir hier sind. Du behauptest viel zu wissen, Deutscher. Doch wir können nicht wissen, warum oder wie die Geister unser Schicksal formen. Zombies, oh, Zombies. Mann, ihr macht alle Punkte, was ist mit mir? Nein, Mann. Ey, sag mal nicht so Egoisten hier. Ein Zombie, ein Zombie- Meiner. Ich hab zwei Zombies abgeschlafen. Wir wechseln zu neuen Boasts. Perfekt. Ich werd euch ein bisschen Wartezeiten sparen. Es geht weiter. Einer ist tot. Das ist mein Gegner. Siehst du wie ich beschäftig bin? Okay es klappt hier nichts, es klappt anscheinend nur in diesem ersten Level. Bauer! Ey! Nicht cool! Wer war da so unnötig? Ich hab mich nicht angerufen. Anfällst du langsam die Methode für Hinterricht auf ins Wahnsinn? Du, der du einst sein eingeschworener Feind warst! Wo ist dieser eine Freak hingelaufen? Nicht an mir vorbei, oder? Ah! Ach tschüss, ich kann nicht viel. Wenn man trifft wahrscheinlich noch viel. Müsste jemand als tot sein? Kann ich schon sagen. Die Boots hier ist immer noch zu. Was bezweckst du mit deinem fluchtlosen Handeln? Was war das? Aua! Rappelte Punkte! Diese Gerüche könnten übernatürlich sein. Schreiner! Schreiner! Ah, ich muss mal kurz die Tür. Der klein fleißiger Geister ist nur sieb nach dem Geil zu sein. Und ich bin zurück. Okay. Vielleicht bist du nicht mehr der dickköpfige Dempsey, der du einst warst. Äh, scheinst du als wär ich ein paar Mal gestorben. Äh, ja. Sechs. Ihr werdet keine Netze mehr spinnen. Statt fliegende Picher kommen jetzt spinnen, okay? Ist das. Ich sterben die auch so. Aua! Na ja, sterben nicht. Maximale Munition. Wie oft bin ich denn gestorben? Äh, mein Name ist ganz oben. Ich bin dreimal gestorben, wo ich bei der Tür war. Das ist nicht besonders gut. Also, mir gefällt's nicht, mich gefällt's nicht. Ja, mir gefällt's nicht. Ähm, hier was im Büro. Genau. Ist das Tor schon offen? Natürlich nicht. Dann öffne ich noch. Weil mich interessiert, was hier drin ist. Mir läuft ein Schal über den Weg. Wenn ich daran denke, welche übel Umteilungen ihn ausgeheckt haben könnte. Aha. Hier geht's nicht hoch. Kann man hier sonst was machen? Schleier nicht in die Erde. Meister Kill. War noch wer? Nein. Dann geh ich mal weiter glotzen. Ich bin kein Knochen, an dem man schlumm nagen kann. Was ist das hier? Äh, was? Aha. Jetzt weiß ich, warum wir den Eimer brauchen. Äh, ich muss irgendwie auch... Oh! 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 Eimer! Die Fragen. Wieso müssen wir den Eimer füllen? Und... Womit? Mit Wasser? Und... Äh, wieso? Weiß ich noch nicht ganz warum, aber... Ich hab schon rausgefunden, wo. Äh, ich wusste auf die schnellstmöglichste Art und Weise... Äh... Aha! Was auch immer das sein mag. Äh... Ich wusste mal schnell die Sterle wieder finden. Wo man was empfangen kann. Ich überzieh das jetzt einfach mal und mach daraus vielleicht nur zweitmal. Was? Super! Wasser! Wasser! Aua! Hier war ne Kiste. Ich bin schon bei... Ah! Wasser! Schussverkauf! Äh, Zombies zu Taub und Schunkeln! Maximale Munition! Blitt auf meine führische Munition, Dämonen! Blickt und verzweifelt! Ich muss das Wasser finden, was? Äh, nicht. Oh shit, oh shit! Okay, das war mein Untergang, oder unser Untergang. Ähm, ich weiß Bescheid, auf drei Modus wie ich den Eimer in Wasser fülle und wo ich ihn jetzt für brauche. Ja, das war's auch schon wieder von der Folge, in der ich gespielt habe und geschraubt. Tja, also bis dann, tschau! Ja, das war's auch schon wieder. Ja, das war's auch schon wieder. Das war's auch schon wieder.